Okay, nicht auf die falsche Weise. Wir wollen heute, was ich gelernt habe diese Woche ist, Befreiung ist mehr als out in Jesus' name. Und irgendeiner zuckt oder kotzt oder irgendwas, sondern dahinter ist ein ganzes Rechtssystem verborgen. Und wer Jura studiert, der kann das nicht an einem Tag lernen. Es dauert seine Zeit, bis man die Dinge und die Ordnungen, die dahinter stehen, versteht. Und ich werde nicht in die Tiefe gehen, was wir alles verstehen müssen. Aber was ich gesehen habe, dass wenn Dämonen da sind und sie dich quälen, haben sie ein Anrecht. Und es geht um diese Anrechte, die wir wegtun müssen, damit der Herr seine Freisetzung freisetzt. Wisst ihr, wir alle haben diese Bibelstellen gelesen. Jesus, triebend sind wir geheilt. Ist uns Heilung geworden? Und was ist? Wir haben sie nicht. Also irgendwo muss doch irgendwo ein Punkt sein, den wir die ganze Zeit übersehen haben. Herr, öffne heute unsere geistlichen Augen und Ohren, damit wir den Punkt sehen und uns nicht festhalten an irgendetwas, was wir im Außen sehen, sondern im Punkt sehen, was ist in meinem Leben los, dass die Heilung nicht in meinem Körper sichtbar wird. Was ist in meinen Finanzen los, was ist in meinem Leben los, dass die Finanzen nicht kommen, wie sie sollen. Ich habe gesehen, dass, wenn du dir einen Baum vorstellst, ein Baum hat einen Stamm, Äste, Blätter, Früchte, aber Wurzeln. Und wir müssen den ganzen Baum sehen. Oft denken wir nur, ja, der ist von Dämonen geplant, wenn er Angstzustände hat, als ein Beispiel. Das ist nur das, was sich im Außen zeigt. Aber im Untergrund gibt es einen ganzen Stamm, gibt es Gruppen, gibt es Cluster. Ich habe gelernt, Dämonen arbeiten nie allein, sondern sie arbeiten immer in der Clique. Zum Beispiel, du hast irgendeine Krankheit, dann lädt er sich noch seinen Freund die Hoffnungslosigkeit ein, den Zweifel, den Unglauben und was weiß ich noch, und die arbeiten zusammen. Deshalb wird der Alishande unter mich heben. Mit den Kommandanten reden. Nicht mit irgendeinem Wunder nicht. Ich bin so zornig. Endlich. Endlich wieder zornig. Endlich nicht mehr weinend und wimmert. Endlich wieder zornig und sauf den Richtigen. Aber eins habe ich auch gesehen, es gibt einen eigenen Teil. Es ist nicht mehr die Zeit für den großen Mann Gottes, A und M, der jetzt kommt, Hände auflegt und du gehst heim und machst das Gleiche, was du vorher gemacht hast. Wenn du frei werden willst von dem, was dich quält, was dein Leben quält, was deine Berufung abhält von dir, was deine Ehe quält, was deinen Körper quält, was deine Gedanken quält, was dich quält, wo du frustriert bist an Gott, wo du eigentlich frustriert sein müsstest, an was ganz anderem, dann musst du erkennen, es gibt einen Eigenanteil. Und dieser Eigenanteil heißt Eigenanteil, weil er von dir, von dir, von dir und von dir, von mir hier getan werden muss. Erwartet nicht, einmal Hand aufgelegt und fertig ist es und jetzt gehen wir heim und wir gehen zurück in unser altes Leben und Jesus sagt, wer das tut, es wird siebenmal schlimmer werden mit ihm. Es ist eher furchtgebietend und wir haben es erlebt. Wir haben Menschen freigesetzt, sie sind heimgegangen und haben gesagt, heute Nacht habe ich seit Monaten wieder geschlafen, ohne jetzt Schuldzuweisung. Und dann waren sie irgendwo daheim, drei Tage später ging es schlimmer los, als wie zuvor. Wir haben nicht gesehen, woran es liegt. Wir haben Befreiung falsch verstanden. Befreiung heißt, das war so wunderbar, du hast mir den Schlüssel gegeben. Befreiung heißt, dass du dich auslieferst, befreit wirst für Gottes Hände. Wofür? Weil er einen Plan hat, wir sind hier nicht, um die Luft zu verpesten oder einen Sitz zu wärmen oder irgendwie ein durchschnittliches Leben zu leben, wo wir sagen, ja, außer Späßen nicht gewesen und irgendwie haben wir den Tag rumgebracht und jetzt sterben wir dann und dann gehen wir in den Himmel. Es gibt hier einen Job zu tun. Der Herr Jesus will wiederkommen und er will hier seine Braut holen und die muss ohne Flecken und Runzeln sein. Und in dieser Woche habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erkannt, was Puse wirklich ist. Ich habe erkannt und hatte eine Vision, wie sehr meine Sünde den Herrn lästert und spottet. Und es nützt gar nichts, dass ich von dem Herrn Jesus errettet worden bin, wenn meine Sünde ihm täglich ins Gesicht schlägt. Und der Herr hat angefangen, mein Gesicht zu öffnen, meine Augen zu öffnen für die Dinge, die ich in meinem Leben in Ordnung bringen muss. Und wisst ihr, ich schaue gar nicht Pornografie, ich bin gar nicht irgendwo im Spielcasino oder ich mache irgendwas Verbotenes im Internet. Es sind ganz viele Dinge, die in unserem Leben in Ordnung gebracht werden müssen und es ist Ehrfurcht gebeten. Dann greift die Befreiung und sie setzt dich nachhaltig frei. Wofür? Für den Wandel in Heiligkeit und für den Wandel, den Jesus für uns vorgibt. gesehen hat. Wir sagen immer, ja, die ganze Schöpfung wartet auf das Hervorkommen der Söhne und Gottes. Aber nicht dem Anspruch, der Herr hat letztes Jahr, ich weiß nicht, wie oft zu mir gesagt, nicht dem Anspruch nach, sondern der Wirklichkeit. Und ich habe es nicht verstanden, was es bedeutet, der Wirklichkeit nach. Und jetzt diese Woche ist freigesetzt worden in mir, dass ich Dinge plötzlich sehe. Und ja, viele Dinge sehe ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich jetzt, der Herr hat einen Anspruch jetzt auf mein Leben gesetzt und hat gesagt, so Silvia, jetzt wo du weißt, jetzt will ich Veränderung in deinem Leben sehen und das heißt ganz konkret, dass sich mein Leben ändern wird und muss. Und ich sage dir was, ihr habt Ehrfurcht davor, weil ich noch gar nicht weiß, was sich alles ändert. Aber eins weiß ich, so wie es war, will ich es nicht haben. Mehr Angst und Frust und es steht mir bis hier, dass ich noch einmal zurückgehe dahin, so wie es war, in dieses besiegte Gewimmer. Oh, wenn der Herr für mich ist, wer soll gegen mich sein? Und in Wirklichkeit war kein Lebenszeugnis da, so wie es dem Herrn Ehre macht. Amen. Und wir sind hier, dass der Herr seine Ehre kriegt. Okay, heute. lasst den Heiligen Geist wirken. Gib diese Selbstkontrolle auf. Der Punkt ist, wir müssen ehrlich werden. Und wir sind hier keine Zuschauer, der sich an irgendeinem ergötzt, wenn da sich irgendetwas manifestiert. Tu das weg. Bitte stattdessen den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, was im Hintergrund passiert. Okay? Bußfertigkeit. Ich werde vielleicht ein bisschen was erklären noch zum Thema Bußfertigkeit. Demut. Sei belehrbar. Der Herr sagt, und er verspricht in seinem Wort, dass er dem Stolzen widersteht. Und wenn dir Gott widersteht, da kannst du beten, bis dir deine Zunge aus dem Mund fällt. Wenn Gott dir widersteht, widersteht dir Gott. Aber er sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Versprechen. Also Gott sagt ganz klar, wenn du demütig bist, will ich Gnade haben und ich will heute für dich einen Unterschied machen. Und du musst für dich eine Entscheidung treffen. Ganz klar. Ich will, ich will frei sein. Ich will frei sein. Und ich weiß, wenn man Jahre unter Schmerzen lebt, wenn man Jahre mit Bedrückung lebt, dann kommt nämlich immer dieser Opfergeist mit dazu. Bei dir wird es nie mehr. Und ich weiß das, weil ich selber so viele Jahre mit Schmerzen gelebt habe. Und du denkst, und weißt du, zum Teil sind die schon von Geburt an. Du bist schon so auf die Welt gekommen, dass bestimmte Dinge dich bedrücken. Und du kennst es gar nicht mehr anders. Und deshalb haben wir diese Besiegtheit akzeptiert. Besiegtheit ist nicht von Gott. Besiegtheit ist eine dämonische Kraft. Okay? Sei bereit. und mach in dir einen Beschluss. Ich werde mitmachen. Und ich werde frei. Ich werde frei von dieser Armut. Ich werde frei von dieser Verwirrung. Ich werde frei. Und vielleicht setzt sich jetzt heute noch nicht das Final alles durch. Es ist ein Weg. So ist das Leben. Das Leben ist ein Weg. Aber der Herr hat in seiner Gnade einen Ausweg geschaffen. Vor dem himmlischen Gerichtshof mit seinem Blut persönlich bezahlt. Okay. Soweit. Anweisungen. Bitte. Befolgt die Anweisungen. Wenn der Alexandre oder der Micha sagt, huste dreimal, dann heißt es, du hustest dreimal. Wenn du, wenn ich sage, husten, die Siglinde wird helfen, wir haben hier Tücher, hustet nicht in eure Maske, hustet in die Tücher. Wenn er sagt, atme dreimal aus, dann ist es nicht so, sondern glaube, fangt an zu glauben, ich werde jetzt freigesetzt. Und es muss nicht immer ein Spektakel werden. Manchmal ist es ganz unspektakulär, manchmal ist es spektakulär. Aber das ist nicht wichtig, ob es spektakulär oder unspektakulär ist. Wichtig ist, dass der Herr hier arbeitet. Halleluja. Wenn du Befreiung so praktizierst, wie ich es tue, ich mache die ganze Zeit mehr Kämpfe als ihr. Ich habe mehr Kämpfe die ganze Zeit als ihr. Ich bin in ganz, ganz vielen Ländern gewesen. Und wisst ihr, was ich immer sehe? Christen wollen dort sein. Sie wollen unter sich sein, aber sie gehen nicht raus. Ich dachte, du bist so anointed. Du bist so anointed für die Kirche. Was war Jesus eigentlich anointed für? In Acts 10, 38. Es sagt, Jesus war anointed by the Holy Spirit Jesus war vom Heiligen Geist gesalbt um zu heilen, um zu befreien von den Leuten, die vom Teufel bedrückt wurden. Wenn ich in die muslimischen Nationen gehe, ich frage sie nicht, ob sie ihr Leben zu geben wollen, ich spreche die Gospel, ich verkündige das Evangelium. Ich erzähle ihnen, Jesus kam zu retten, zu fillen die Menschen mit der Heiligen Geist gesalbt. Das ist das erste, das ist das erste, das ist das erste, das erste Schritt ist der Evangelium. And step number two, you preach deliverance and then you set free the captives and then you heal them emotionally and deliver the emotion that's the second time he says the word deliverance and then you heal them physically and then you open the eyes spiritually that can understand the scripture. You know what they do all the time? Like in Kabul. I was with the red cross. You know what they do? They bring the sick people. They don't want Jesus. They among the muslims when they hear you are a healed man, you are the healing man. It's a healing man. They come. They will come. They don't want Jesus. They want their mom, their grandma to get healed. You know what Jesus does? Jesus healed them and then they get saved. And then they believe in Jesus. And then they want to have a Bible. Do you know why you are so ashamed? Do you know why you Austrians and Germans who sit here you don't evangelize your people? Because you don't have power. You are defeated. You don't look at me and like you are defeated. You have all kind of problems. You have all kinds of problems. How many come to me and say how can I help them if I cannot help myself? Let me ask you something. How many people who sits here in a private appointment with me or in the last service Sunday got some healing some deliverance put up your hand please. put up your hand put up your hand put up your hand turn the camera so that the people at home can see you did take a look around take a look around take a look around how many people got healing and deliverance take a look around you see this is what that is the testimony The Bible says in Revelation 12 verse 11 we we the Christians overcome overcome him Satan by the power of the blood of Jesus and by the power of a testimony you need to get your overcomer testimony how many people want to get his overcomer testimony then say Jesus I open up my heart in Jesus name Father I'm so sorry I'm so sorry that I believe in a lie I don't want religion I want Jesus I want Jesus I want Jesus I want Jesus and the real Jesus and the real gospel and the real Holy Spirit if you believe that say Amen and give a hand to the Lord to tell everybody what they have to do you want to prophesy for everybody and you cannot take correction you cannot take correction do you know why most of the Christians suffering now because of our pride rebellion and stiff neck pride because of rebellion pride and stiff neck pride it doesn't matter what you are going through now if you have problems in your marriage if you have financial problems if you have sickness and disease you name it it's because of your pride stiff neck and rebellion get some deliverance my friend I don't have a demon no the demon has you I don't believe in demons no problem the demon believes in you I don't believe in Satan no problem Satan believes in you it's your choice it is your choice that's the day to repent my friend we have to repent repent and come back to God come back to Jesus 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 wants to use you Jesus wants to anoint at you Jesus wants to bless you Jesus wants to give his real Holy Spirit he wants to get Austria for his feet I was over the bridge this afternoon with my wife take a walk and I want to eat my new Austrian food and I want to eat my new Austrian food Kaisershmann well I'm just a man you see yeah but I have to be careful with this and I went there I went there and then the Lord says stay here and preach I was like here we go again okay what should I preach scream loud Austria has fallen Austria has fallen Austria has fallen and then I heard like the people walk by and I said Austria has fallen and then some stayed and told me why are you saying that I said you don't have Jesus you don't need Jesus you don't want anything to do with God do you know that the Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten son that everyone who believes in him ever everlasting life and then the lady one of the ladies she starts to that's the anointing that's the anointing that's the anointing that's why you need to get delivered you need to get clean that when you go out you are so full of God that the darkness in the people will not stand be around in you raise up your hand and get the revelation 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 we are the light of the world we are the light of the world and she starts to feel dizzy und mein Kaiserschmarrn ist kalt geworden. Okay, ich kann damit leben. Dann habe ich die Dame genommen und ich sagte mit ihr, ich sagte, wollen Sie sich jetzt, dass es wieder besser wird? Sie sagte, ja. Ich sagte, du hast eine terrible Schmerz auf der Seite, nicht wahr? Sie sagte, ja. Und du hast eine terrible Schmerz hier oben. Sie sagte mir, sind Sie ein Wahrsager? Ich sagte, nein, ich bin nicht. Ich bin ein Diener des lebendigen Gottes. Und Jesus ist mir, du wissen Sie? Und Jesus hat mir ihr Leben erzählt. Du musst keine Beziehung mehr eingehen, oder? All die Männer, die in deinem Leben waren, haben dein Herz gebrochen. Und die Frau, und die Frau, broken Tears, ich lege die Hände auf sie, ich sage, Vater, in der Name of Jesus, ich bitte um Vergebung, ich renunce dies, ich renunce das, und dann habe ich die Hände auf sie gelegt, dämonische Spirits. Und jetzt sage ich, diese dämonischen Geister, dass du diese dämonischen Geister, die du durch den Ersten Weltkrieg empfangen hast, und durch den Zweiten Krieg, kommen jetzt in Jesu Namen raus. Und dann die Frau, die Frau, hit die Gronke, und dann die Leute, die uns umgefallen sind, und jetzt kommen die Leute und schauen, und, oh, das Mann ist der Frau, was ist er zu tun? Und dann, ich stand, und dann, ich sage, wir gehen für einen Weg. Und dann, wir crossen die Brücke, wir waren auf der anderen Seite, the Austria police came and then we were talking and then I told her we are in the church of Salzburg and I didn't know the address I said but you go in the internet right that's why you have to give me some visit cards and I'm armed and then we talk about Jesus about Jesus and then she said my back pain is healed I don't have pain anymore you want the anointing? do you want the anointing? do you want to get Austria for Jesus? do you want to get Germany for Jesus? then get the anointing get the anointing just get the anointing get the anointing that's why Jesus anointed us that's why you got born again you have to go out and give testimony but before you can go out you need to keep cleaning the machine you need to get prepared the only reason why God sent me to this church it's because this church is part of the remnant it's part of the remnant you know what is the remnant is? the remnant are Christians who refused to kiss Satan's boots enough is enough how dare you to come against my marriage how dare you to come against my money how dare you to come against my health how dare you to try to get my life I bind you Satan I lose the angels against you I call a tsunami with the blood of Jesus nothing of your plans is going to happen I'm going to get the land you want to get the land then first get your own land everything was good for Israel everything was good for them it will be good for you everything was bad for them it will be bad for you because the Old Testament is not all about the law it's not about all of the law and that's what the deceitful lying religious spirit say they say we don't have to obey the commandments of Christ anymore my mom, my father they did not want to have anything to do with Jesus my grandma, my grandpa and my grand, grand, grand and as far as I could look on my family line they were involved with all kind of stuff witchcraft satanismus whatever new age acupuncture yoga sacrifice to false gods go to the Catholic Church and you name it you see God says don't do we did and the devil got a hold of his rights you say I don't need deliverance Jesus set me free blah, 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 blah and then you put your religion defeated mask the Bible says in 1 Peter can you open chapter 2 verse 24 verse 24 it says it says I give you praise Father I give you glory Jesus for what you're going to do today I already see it I can see in the spirit many people here if you open up your heart you're going to get healed as I speak you're going to get delivered and not going home the way you came in amen amen 1 Peter chapter 2 24 okay I'm coming close into you guys let's lassen wir miteinander deutsch reden ganz ernst jetzt ernsthaft serious we talk serious now help mich zu veräppeln stop kidding me kidding me you say you don't need to get delivered und du sagst sie braucht keine Befreiung und Jesus hat dich freigesetzt that scripture says diese schriftstelle sagt that Jesus took all the diseases dass Christus alle Krankheiten geheilt hat and you are healed und jetzt bist du geheilt you are healed und jetzt bist du geheilt that's what it says und jetzt sagt hier steht in der Bibel why then you go to the Apotheke so warum gehst du dann zur Apotheke why then you run to the doctors warum gehst du zum Arzt and if I go in your house und wenn ich zu dir nach Hause komme don't tell me you don't have und jetzt erzähl mir bloß nicht dass du es nicht hast you have a little Apotheke at home yourself ah du hast so eine kleine Apotheke zu Hause who is the liar says the Lord oh wer ist denn jetzt der Lüner me der jetzt immer noch befreit wird der jetzt immer noch befreit wird who go to Jesus der zu Jesus geht I go to Jesus geht zu Jesus if Jesus cannot solve my problem wenn Jesus mein Problem nicht klären kann then I go to the Apotheke und dann gehe ich zur Apotheke then I go to the doctor und dann gehe ich zum Arzt only if Jesus cannot help me nur wenn Jesus nicht helfen kann you du look at me schau mir an think that I am a devil du glaubst dass ich ein Teufel bin Beelzebub Beelzebub only because I cast out demons weil ich Dämonen austreibe it's weird es ist irgendwie seltsam I like to get delivered ich mag es wenn ich freigesetzt werde I don't like to drink Aspirin das schmeckt scheuschlich und ich mag überhaupt kein Aspirin nehmen and you like to get the pills and come here in the church and play Heuschalei und dann kommst du hier rein in die Gemeinde und bist ein Heuchler who is the liar says the Lord me who go to Jesus who try to do what Jesus did or you that you say I don't need it and you say do the little dance Jesus set me free and you go to the doctors all the time it's wrong to go to the doctors no no ich hab kein Bock auf Kinas I did not say don't go to the doctor I have no decide to go to the jail ich sag nicht geh nicht zum Arzt I'm happy that I have witness here I don't say it's wrong to take medicine ich sage jetzt hier nicht dass es falsch ist eine Medizin zu nehmen what I'm saying is that Jesus has to be the first was ich damit sage ist erst Jesus you go to Jesus du gehst erst zu Jesus and if Jesus cannot help you und dann dann gehst du zum Arzt und dann gehst du dahin wo diese Schlange auf der Schlange steht was 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 did I shock you again hab ich euch jetzt schockiert well then go to the Apotheca in Germany I don't know in Austria but go to Germany and look in the Apotheca who's standing there on the pole ja und dann kannst du jetzt mal die Apothekenzeichen in Deutschland anschauen und ich glaube auch in Österreich all those medicines are named in real demon names und diese Medizin sind Dämonennamen real demon names echte where did you think that those medicines come from wo glaubst du denn dass Medizin her kommt witchcraft aus Zauberrei Hexerei especially in Europa in Deutschland besonders in Europa and many 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 years ago 800 700 600 something 500 they used to make portions a little bit of this a little bit of that a little bit of that and then glu 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 they say a prayer and then they drunk it's a very serious thing you need to get clean and if you think the liver is about about demons you don't understand look at 2 Timothy chapter 2 and then we're going to pray and then we're going to cast it out 2 Timothy chapter 2 verse 20 21 can you read it can you read it in a great house in a great house we are the great house and in this great home here you don't have only the Holy Spirit you don't have only the gifts you don't have only the anointing you also have very unclean things what it says there if you cast it out purge it out you're going to be ready for the master's use do you understand there are 7 ways in your body where demons can come in it depends what kind of thing you are involved with the 7 doorways the 7 doorways you have your eyes and the nose and the mouth and then the other two you know what it is you watch pornography they got through your eye listen demonic music they get through your ear smoke smoke funny things get some drugs they're going to get through your mouth you do perversion because you think you can do in your bedroom with your wife whatever you want no you don't no you get demons for that so when do when do they come in every time I see I get a demon this is what you want to tell me every time I sing that's what you say that's crazy then we are all full of demons well that's not what I'm saying what I'm saying is this if you don't repent if you don't stop do the thing you're doing with a repentful heart remember in John Jesus healed the guy pastor 30 years in the bed what Jesus said Jesus 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 met him later in the temple and said because you are under the grace you can go on sinning no that's not what Jesus said Jesus said go and sin no more that not something worse happened to you what is the worst thing that can happen more demons seven times seven times worse that's what I'm saying fear God fear God have my short drows I will show you what God did to me because I did not want to preach the gospel I was a rebel God had to break this same leg two times when I broke my God broke my leg the first time if I will show you the hill that I felt you will laugh you're going to tell me hör auf mich ein Mann Schwätzer das glaube ich dir nicht Schwätzer laber nicht jetzt war die Hesse laber nicht erzähl mir doch keine Geschichte don't tell me a story I fell and I thought I only have pain when I stand up and then the atmosphere beside me changed and then as I aufstehen wollte hat sich die Atmosphäre verändert and two big hands were the hands of the angels and broke my leg took took you might not believe because not your leg is my leg and I saw I know what I saw and I didn't want to preach I told God you sent me to a continent Swiss Austrian German speaking nations they don't like my color they don't like me here they don't like where I come from and why you did this to me you create these people now you come along with them I don't care about them they are not my people let them burn let them burn you think I'm a holy guy no I had my stuff I have my reason it was not you who got beat up by Nazis it was me in Frankfurt Oder and then I told Jesus I'm headed I had enough and Jesus said to me the only reason you are alive that I had my hands over your life is that you do what I say you know Jesus as a savior but you don't know him as the lord of lord and kings of kings and when Jesus commands you to do something you better obey and he is a living God he is a healing God he heals and delivered and take the rebellion away come out come out come out come out I give you praise father the holy spirit the holy spirit is moving here take a deep breath take a deep breath sit down take a deep breath take a deep breath I give you praise I give you praise three cough three cough three come out come out come out in Jesus name in Jesus name weiter so weiter so abind that spirit of death abind that spirit that wants to kill you abind you you will come out in Jesus name you're not going to do anything against this man in Jesus mighty name in Jesus mighty name in Jesus mighty name in Jesus mighty name when he command you to do something when Jesus tells you you should do something you better obey otherwise you will pay the price I'll bind you in the name of Jesus all that rebellion all that rebellion has to go it has to go it has to go it has to go I give you praise father I give you praise lord I said to God I am not this type of a foreigner that come here and think you are in paradise most of these people they are not so nice many of Austrians are very nice many Germans are very nice but none of them not all of them and I don't want to preach leave me alone leave me alone I was full of pain I was full of rage I was full of hatred I didn't want to do anything then I went back home and like in Brazil where I come from signs of the traffic like it's not like here in Brazil it's not a suggestion so traffic signs are just all right so I'm so I'm so verwirrt in Germany and Austria that you really can cross the street so I'm spoiled from the German tradition so that you can cross the street if there is a sign and I thought in Brazil I could do the same and then there was a guy who was running from the police and I want to cross the zebra streife and the car hits me and hits me here in the same leg I cross I flew over the car and I hit the floor and when I wake up and my my mind was messed up that's right let it go let it go let it go 100% in Jesus name let it go let it go when I stood up people told me that I said when Jesus say you will be when Jesus say you will be and then I lost my conscience the reason why God brought me here to your country because you have been in my country and you serve my people and you bless them the time you were there and the Lord says to me because she was faithful and loved them and the way they were the Lord sends me here to bless your people that's how it goes says the Lord let's stand up where is Michael if you go on denying I don't have a problem the Holy Spirit he respected God loved us so much he gave us the free will you will going to get delivered if you allow God will touch you because I cannot cast out demons the anointing of God do that I just have to command take a seat I just have to command in Jesus name take a deep breath take a deep breath in Jesus name let it go let it go let it go let it go that's right let it go you are doing a good job you are doing a good job in Jesus name I see the Holy Spirit all over you come out come out let it go let it go let it go let it go I give you I give you a device close your eye put both hands on your chest close your eyes die Augen die Augen zu Michael das ist die andere nicht diese close your eyes mach die Augen zu und begin to ask the Lord for forgiveness und fangt an jetzt um Vergebung zu bitten dem Herrn ask him for forgiveness bitte die um Vergebung bitte die Michael mach die mal an close your eyes mach die Augen zu if you do these guys beg them understand German do they understand German die drei auf jeden Fall verstehst du Deutsch ein bisschen okay close your eyes mach die Augen zu and begin to ask the Lord for forgiveness und jetzt fangt an den Herrn um Vergebung zu beten ask him for forgiveness bitte die um Vergebung for everything 100% 100% now you say with me Father in the name of Jesus we come in front of your throne and we ask you for forgiveness for all our sins and the sins of our parents the sins of my mom and the sins of my father we ask you for forgiveness we ask you for forgiveness for our sins and the sins of our parents and the sins of our parents the sight of my mom and the sight of my father for everything we have done and the sins of our sins of our sins what we ate for everything we have done for everything we ate for everything we eat gegangen, sondern rausgegangen sind. Vater, in Jesu Namen, wir sind so sorry, wir bitten dich um Vergebung, was den Juden passiert ist. Wir bitten um Vergebung, für den Holocaust. Wir bitten um Vergebung, für den Ersten Weltkrieg. Wir bitten um Vergebung, für alles, was wir als Nation getan haben. Wir bitten dich, vergib uns, wir renounce alle Generationsflüche, wo wir uns selbst verflucht haben, oder von anderen verflucht worden sind. Selbstgesprochene Flüche, in Jesu Namen, Vater, in Jesu Namen, vergib mir, wo ich andere Menschen schlecht behandelt habe. Vergib mir. und ich vergebe jeder Person, die mich jemals benutzt hat, oder von mir Vorteil genommen hat, oder die mir nicht geholfen haben, und die mir nicht geholfen haben, obwohl sie es tun können. Vater, in Jesu Namen, ich breche diese Macht von Satan über mein Leben, über mein Haus, über meine Familie, über meine Kinder, über mein Geld, Satan, in Jesu Namen, wir wollen jetzt nichts mit dir zu tun haben, von jeder dämonischen Aktivität ab. In Jesu Namen, kein Dämon ist mein Freund, ich brauche sie nicht, ich brauche ihre Hilfe nicht, ich brauche ihren Rat nicht, geh aus meinem Leben, geh aus meinem Geist, meiner Seele, raus aus meinem Körper. Jetzt setzt ihr euch hin, jetzt nimmt ihr die Maske ab, und nehmt die Tüchel, die Füße gerade auf dem Boden, nicht überschlagen, wenn ihr jetzt nicht Gebet wollt, wenn du jetzt nicht willst, dass man für dich betet, bist du frei, jetzt aufzustehen und wegzugehen. Redet nicht, ich mag nicht, dass du sagst, Amen, 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 entweder empfängst du jetzt Gebet, oder du betest selbst. Wenn du beten möchtest, dann kannst du heimgehen und dort tun. Jetzt ist die Zeit, wo du empfängst. Jetzt komm runter, entspann dich, ich sehe den Heiligen Geist, Helma, mach deinen Schmuck weg, ich sehe, wie der Heilige Geist sich jetzt hier bewegt, es sind ganz viele Engel, es ist machen, was wir machen. Schau mir an, wenn ich sage, nimm einen tiefen Atemzug, dann machst du es so wie beim Arzt. Wenn ich sage, machst du es dreimal. Warum? Du bist ein Geist, und der Geist ist Atem. Dämonen sind Geister, und deshalb sind sie Atem. Wenn ich sage, dreimal machst du das, einen für den Vater, einen für Jesus, einen für den Heiligen Geist. Wenn du einatmest, dann atmest du den Heiligen Geist. Und wenn du ausatmest, der Heilige Geist bringt dir die Dämonen raus. Wenn ich sage, huste dreimal, dann nimmst du das Papier. Es ist nicht die Befreiung, aber es hilft. Okay? Jetzt entspann dich. Mach die Augen auf. Augen auflassen. Warum? Ich bin jetzt unter der Salbung. Ich bin im Geist. Und ich kann Dämonen in den Menschen sehen. Wenn ich bei dir sehe, dann werde ich sie angreifen. In Jesu Namen. Okay? Okay? Alles klar? Entspannung. In Jesu Namen. Okay, jetzt fangen wir an. Tiefen Atemzug nehmen. Einmal weiter. Ich nehme jetzt Autorität im Namen Jesus Christ. Durch den Klang meiner Stimme. Und ich komme gegen dich, Satan. Und ich komme gegen dich, Satan. Take a deep breath. Atmen tief. Vater, im Namen Jesu, ich nehme jetzt Autorität durch den Klang meiner Stimme. Ergänze jeder Dämonen, ergänze jede Flüche. In Jesu Namen. Alles, was Jesus richten will. Alles, was Jesus richten will. Durch Suche ihrer Seele. Durch Suche ihrer Seele. Schau mal in ihr Herz. Der Herr schaut jetzt gerade auf euer Herz. Ob das ihr wirklich möchtet, ob das ihr nicht will. Der Heilige Geist. In Jesu Namen. Und alles, was Jesus richten will, muss jetzt roh und haus. Alles, was Jesus richten will, muss jetzt roh und haus. Alles, was Jesus richten will, muss jetzt roh und haus. In Jesu Namen. Du bist gebunden durch das Blut des Lammes. Ich rufe jetzt heraus, die ganzen Schmerzen, tiefen Schmerzen, alle acht von Krankheit und Gebrechen. In Jesu Namen. Hustet dreimal. In Glauben. Hustet. In Jesu Namen. Alles muss raus. Alles muss raus. Alles muss raus. Weiter so. Weiter so. Weiter so. In Jesu Namen. Alles muss raus. Alles muss raus. Alles muss raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Weiter so. Weiter so. Alles muss raus. Alles, was Jesus richten will. Alles, was Jesus haus haben will. Alles, was Jesus haus haben will. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alles muss raus. Alles muss raus. Weiter so. Weiter so. Niederprobleme. Niederprobleme. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Diabetes, Krebs, alles muss raus, alles muss raus, frühe Sterben, Herzkrankheiten, alles muss raus, alles muss raus, alles muss raus, alles muss raus. Problem in der Bibelsäule, komm raus, Problem in den Beinen, komm raus, Problem in dem Blut, komm raus, komm raus. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, komm raus, ich kann nicht schlafen, komm raus, komm raus, komm raus in Jesu Namen. Ich kann gar keine Kinder kriegen, komm raus, ich kann gar keine Kinder kriegen, komm raus, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich bin so depressiv, komm raus, ich bin so depressiv, komm raus, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Alla quillachai. Alla quillachai. Alla quillachai. In Jesu Namen. Alla quillachai. Alla quillachai. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Einatmen. Einatmen und ausatmen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alles was Jesus richten will. Alles was Jesus richten will. Ho und Haus. Ho und Haus. In Jesu Namen. Alles was Jesus richten will. Alles was Jesus richten will. Sitz mal hier auf dem Boden. Ich kann Gottes Stimme nicht hören, kam raus. Ich kann Gottes Stimme nicht hören, kam raus. Hustet. Lass raus. Lass raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich kann Gottes Stimme nicht hören, kam raus. Alle Krankheiten. Alle Krankheiten. Der heilige Geist. Ich bin jetzt der falsche heilige Geist. Ich bin der falsche heilige Geist. In Jesu Namen. Alles muss raus. Alles muss raus, alles muss raus. Ich bin so durcheinander. Ich bin so durcheinander. Ich bin jetzt der religiöse Geist. Weiter so, weiter so. Achtmann dreimal. Achtmann, achtmann dreimal. Achtmann dreimal in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich binde jetzt jeder Fluch von den ganzen Nazis. Ich binde jetzt die ganzen Fluche von den Nazis in Jesu Namen, die durch deine Familie, wenn du irgendwelcher Vater oder Opa in der Hitlerarmee war, in Jesu Namen. Ich binde euch, Satan. Du bist gebunden. 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 In Jesu Namen. In Jesu Namen. Hustet. Hustet. Hustet, Gemeinde. Hustet. Hustet. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alles muss raus. Alles muss raus. Ich hasse meinen Vater. 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 Komm ab. Ich hasse meinen Vater. in Jesu Namen er hat nie gesagt, dass er mich liebt er hat nie gesagt, dass er mich liebt ich kann gar keine Liebe empfangen ich kann gar keine Liebe geben come out, in der Name of Jesus Christ hustet, hustet, dreimal hustet, hustet, in Jesu Namen in Jesu Namen in Jesu Namen in Jesu Namen let my people go says the Lord in Jesus name let my people go, says the Lord in Jesus name, you have to go you have to go, you have to go in Jesu Namen in Jesu Namen einatmen, ausatmen einatmen, ausatmen ich bin dir jetzt dieser europäische humanistische Geist ich bin dir jetzt dieser europäische humanistische Geist ich bin dir jetzt dieser europäische humanistische Geist, ich kann nicht glauben ich kann nicht glauben, come out ich kann nicht glauben, come out come out in the Name of Jesus Christ ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben Ich kann nicht vergeben. Hustet. Hustet. Dreimal gemacht. Hustet. In Glauben. Let it go. Let it go. Come out. That's right. Come out. Come out. Come out in the name of Jesus. 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 Sit mal hier. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Abind that spirit of death. Abind that demon that wants to kill you before your time. Come out. Come out. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Luz, 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 Luz in Jesus' name. Komm her, komm her, komm her. Du willst sie nicht mehr blockieren, der Herr wird sie mächtig gebrauchen. Komm her! Alles muss raus, alles muss raus. Alles muss raus, alles muss raus. Ja, that's right, that's right. That's right, say, Father. In Jesu Namen. Wer kommt zu dir? Wir sind gar keine Nazis. Wir sind gar keine Masse-Mörder. Wir sind Gottes Kinder Wir lieben Jesus Wir nehmen diese Flüche weg Von Austria Von Österreich Von Deutschland Von Switzerland In Jesu Namen Wir nehmen diese ganzen Flüche nicht Wir nehmen das nicht Wer gehört Jesus Jetzt einatmen, ausatmen In Jesu Namen Ich nehme jetzt Autorität In Jesu Namen Alles muss raus Alles muss raus Hustet, dreimal Hustet, hustet Alles was Jesus Haus haben will Alles was Jesus Haus haben will Alles was Jesus Haus haben will Raus, raus, raus Let my people go Says the Lord Let my people go Says the Lord In Jesus name In Jesus name In Jesus name In Jesus name You have to go 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 In Jesus name Hustet Hustet Traimal Come out. In Glauben. Nur dreimal Husten. In Glauben. In Glauben. Come out. Come out. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Egal was Jesus Haus haben holt. Haus. Haus. In Jesus' Name. In Jesus' Name. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Lasst uns aufstehen, bitte. Hält mal eure Hände hoch. Hält mal eure Hände hoch. Fühle uns. Fühle uns. In Jesus' Name. In Jesus' Name. For fornance. For fornance. Let's praise the Lord. Alleluia. Alleluia. Lord of Eternity. The mystery behind the veil. Lord over heaven and earth. Lord of peace. The mystery behind the veil. The mystery behind the veil. Come with your wisdom and heart. Close in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts. Come out and we'll hear. And everyone will sing. Your glory fill the sky. Adonai. 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 Every knee will bow to the Lord's most high. Adonai. Adonai. You alone are God. Every tongue will cry. Adonai. Alleluia. 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 In Jerusalem' West. Raise the steps led on high. You're the beautiful gift to see you arise. Und all the Zion sings, Barun haba bescheh Adonai, Adonai, every need will come to you, Lord most high Adonai, Adonai, you alone, our God, every tongue will cry Adonai, Adonai, every need will come to you, Lord most high Adonai, Adonai, you alone, our God, every tongue will cry Adonai, Adonai, you alone, our God, every need will come to you, Lord most high Alleluia, 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 let's clip our hands to the Lord, Alleluia Take a seat We just started Now I will tell you what I came to talk about Now I will tell you what I will tell you It was a terrible Brazilian joke, I'm sorry Okay Okay We just hit the surface And a lot of you Und viele von euch Und bei einigen sind die Dämonen schon raus Und ich sah Wie die Engel Sie sind nicht reingekommen Sie sind nicht reingekommen Auf die Dämonen Auf die Dämonen jetzt Und solange ihr jetzt hier seid Und jetzt arbeitet er zu Hause Jetzt sind die Engel auch in eurem Zuhause Und jetzt schauen sie mal nach den Familien Weil du jetzt gehorcht hast Michael kommt jetzt dazu Und jetzt wird er euch in ein Gebet hinein leiten Und das machen wir jetzt folgendes Nachdem er mit euch das gebetet hat Ich möchte die Frau, die jetzt schon lange weg ist Und mehr als zwei Stunden fährt Ist es sie, wer ist das? Okay, dann Ganz entspannt sein Also wir möchten jetzt als erstes für die Beten, die weit fahren müssen Also diese Familie hier Die drei Stunden fahren Dann bete ich zuerst für sie Und dann für die, die zwei Stunden fahren Und dann für die, die eine Stunde fahren Und dann für die, die um die Ecke wohnen Und dann für die, die um die Ecke wohnen Und dann für die Kinder Okay, jetzt bringt mal die Kinder Okay, jetzt bringt mal die Kinder Judith, würdest du dich hier sitzen? Jesus, nein Jesus will dich Jesus will dich berühren Ok Er will dich Tauchern Er will dich Also wenn die Eltern und die Großeltern wüssten und schlau wären, dann würdest du deine Kinder und deine Enkelkinder freisetzen und so, dass sie, wenn sie dann Teenager sind, dass sie dann nicht in die Welt hinausgehen und tun, was sie wollen und rebellisch sind. Der Grund, warum sie das tun, ist, weil wir schon rebellisch waren. Und alles, was in Mama und Papa ist und ist auch im Kind. Und das, was in Opa und Oma waren und sind in ihren Kindern und in den Enkelkindern. Wo ist die Johanna? Komm her. Wie viele Wochen ihr mit uns in meinem Haus sieben Wochen? Sieben. Habe ich mit meinen Kindern, mache ich da Befreiung? Ja. Stimmt's? Oder rede ich jetzt im Quatsch? Das ist richtig. Sie hat sieben Wochen dort gewohnt und sie ist ein Zeuge. Und ich mache das mit meinen Kindern. Okay, es ist jetzt unterschiedlich mit Kindern wie mit Erwachsenen. Aber ihr müsst die Wege des Herrn lernen. Und später ihr müsst nämlich später nicht mehr beten, dass sie wieder zu Jesus zurückkommen. Es steht auf, Gemeinde. Schreckt die Hand vor. Die Eltern legen jetzt die Hände auf die Kinder. Komm mal, die steht direkt vor der Kamera, so dass man es sehen kann. Jetzt legen die Eltern die Hände auf die Kinder. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Okay. 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 Ihr Gemeinde stimmt mit mir überein, aber die Eltern beten jetzt. Ihr seid ruhig. Okay. Nur die Eltern. Sagt der Vater in Jesu Namen. Wir kommen vor deinem Thron. Wir bitten dich um Vergebung. Was wir und unsere Eltern getan haben, dass Ungehorsam, Rebellion, Storheit, dein Wort nicht befolgt. Deshalb, deswegen sind Flüche auf unserer Familie. Als Eltern nehmen wir die Autorität über unsere Kinder. Und alles, was nicht von Gott ist, brechen wir es in Jesu Namen. Alles, was in unserem Leben ist, alles, was in unserem Leben ist, das Einzige, der bleiben darf, ist Jesus Christus. Alles andere muss gehen. Wir segnen unsere Kinder und wir sprechen das Leben und gottliche Dinge. Ihr werdet mit Jesus gehen und er macht das Finsternis. Habt keine Hand über euch. Und wenn die Gemeinde glaubt, sagt Amen. Halleluja. Okay. Okay. Ihr könnt gehen. Die Kinder können gehen. Hey, man, bist du wieder auf deinem Platz. Das ist nicht da, man hier. Okay. Relax. Okay. Entspannt euch. Ganz ruhig, glaube ich. Er wird euch jetzt in ein Gebet führen. Nachdem er fertig ist, ich möchte erst mal hier nach vorne die Leute, die so weit wohnen. Und dann die zwei Stunden und dann eine und dann die hier irgendwo wohnen. Okay. Beten wir nach. Heiliger Vater Gott. Heiliger Vater Gott. Bitte alle nachbeten. Heiliger Vater Gott. Heiliger Vater Gott. Im Namen Jesu kommen wir. Im Namen Jesu kommen wir. Gemäß Matthäus 18, 19. Gemäß Matthäus 18, 19. In Übereinstimmung. In Übereinstimmung. Dass jeder und jede hier Anwesende. Dass jeder und jede hier Anwesende. Heute Heilung und Befreiung erfahren wird. Heute Heilung und Befreiung erfahren wird. Herr, du hast gesagt. Herr, du hast gesagt. Wo zwei oder mehr zusammen sind. Wo zwei oder mehr zusammen sind. Dass wir bitten können, was wir möchten. Und dass du beim Heiligen Vater in unserem Namen Fürbitte tun wirst. Herr, du hast auch gesagt. Dass dort, wo wir uns versammeln. Du mitten unter uns bist. Wir heißen dich willkommen. Und bitten dich bei uns zu sein. Wir heißen den Heiligen Geist willkommen. Komm, führe uns. Leite unsere Gedanken und Taten. Leite unsere Worte. Leite unsere Worte. Wir unterstellen uns. Wir unterstellen uns. Wir unterstellen uns. Als willige Gefäße. Als willige Gefäße. Um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes. Herr, in Jeremia 33 hast du gesagt. Herr, in Jeremia 33 hast du gesagt. Ruf mich an und ich werde dir antworten. Ich werde große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Herr, wir rufen zu dir. Wir bitten dich, dass diese Dinge, die du uns heute zeigst, all die versteckten Festungen, die der Feind in unserem Leben hat, du aufdeckst. Wir bitten um Vergebung. Dafür brechen alle Flüche, ob es nur noch die Schuld unserer Sünden oder die Sünden unserer Mutter und oder Vater in der Linie zurück bis zu Adam und Eva stammen. Herr, wir preisen dich für die Kraft, die du uns gegeben hast, wenn wir in deinem Namen stehen. Die Kraft, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Größer ist er in mir als der in der Welt. Die Tore der Hölle werden gegen uns nicht die Oberhand gewinnen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Keine Waffe des Feindes, die gegen uns geschmiedet ist, wird Erfolg haben. Herr, wir preisen dich dafür, dass du, wie in Matthäus 16, 19 geschrieben steht, in die Hölle hinuntergestiegen bist und die Schlüssel geholt hast, um sie uns zurückzugeben. Du hast gesagt, siehe, ich gebe euch die Schlüssel des Königreichs und was wir auf der Erde binden, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was wir auf der Erde lösen, soll auch im Himmel gelöst sein. Deshalb nehmen wir im Namen Jesu Autorität Kraft und Herrschaft über jeden unreinen Geist durch den Klang unserer Stimme. Wir verbieten dem Namen Jesu irgendwem hier oder irgendetwas in diesem Raum Schaden zuzufügen während dieses ganzen Gottesdienstes und auch danach nicht. Wir legen heilige Fesseln und Ketten um dich. Du bist verpflichtet, diesen Raum zu verlassen. Wir verhandeln heute nur mit Kommandanten, nur mit Anführern. Wir binden dich und legen dir den heiligen Knebel über den Mund von jedem untergebenen Geist und verbieten jedem Geist hervorzukommen und wie Kommandanten zu agieren oder den Anspruch zu nehmen, Kommandant zu sein. Wir binden auch jeden untergebenen Geist an seinen Anführer. Wir reden nur mit Anführern. Wenn heute die Kommandanten gehen, sind alle untergebenen Geister und alle Geister bis zu ihrem Rang inklusive Türsteher an sie gebunden und werden mit ihnen gehen. werden mit ihnen gehen. Jeden Geist ist jetzt in Jesu Namen befohlen, ausschließlich in die Grube der Hölle zu gehen, wenn ihm befohlen wird zu gehen. Du bist gebunden, Geist, und es ist dir verboten, irgendwo anders hinzugehen. Wir binden und verbieten jede Übertragung von einer Person in die andere während dieses Gottesdienstes und danach. Wir sprechen das heilige, beschützende Blut Jesu über jede Person in diesem Raum, im ganzen Gebäude und über jeden, der eintritt. Satan, weder du noch irgendein Dämon der Hölle können gegen das heilige Blut Jesu ankommen und wir binden dich, es zu versuchen. Wir sprechen und beanspruchen die volle Waffenrüstung Gottes über jeden Einzelnen von uns in Übereinstimmung mit Epheser 6. Wir nehmen den Schild des Glaubens vor jeden Einzelnen von uns und das Schwert des Geistes, damit wir für das Königreich Gottes kämpfen, gegen die Feinde Gottes. Wir nehmen das Schwert des Geistes und trennen uns von jedem dämonischen Anführer, von jedem Lügengeist, Betrügergeist, Trickgeist, Hinderungs- und Blockiergeist, Gedankenkontrolle, Koma-Geist und von jedem Geist, dessen Funktion es ist, etwas zu verstecken oder uns daran zu hindern, zum Kommandanten zu gelangen. Seid vorsichtig. Du musst jetzt aufpassen, du wirst befreit. So, und jetzt hast du mal mit diesem Heilungs- und Befreiungs- Befreiungs- Heute hast du mit deinem Heilungs- und Freisetzungsprozess begonnen. Geh nicht zurück zurück zu deiner Sünde. Geh nicht zurück zu deiner Sünde. Geh nicht zurück zu deiner Sünde zurück. Wenn du Hilfe brauchst, sind wir hier. Die Pastoren sind da. Nächster Zeit, irgendwann komme ich wieder. Also du kriegst die Hilfe, die du brauchst. Geh nicht zurück zu deiner Sünde. Andernfalls werden die Dämonen, die dich jetzt verlassen haben, sie werden zurückkommen siebenmal schlimmer. Es ist jetzt nicht nur die Dämonen, die zurückkommen, und die bringen noch mehr Flüche mit. So, ich sag's nochmal, geh nicht zurück zu deiner Sünde. Wenn du gern rauchst, dann rauch nicht mehr. Wisst ihr, warum Dämonen Leute dazu bringen, zu rauchen? Oder Alkohol zu trinken? Oder wenn du spielsüchtig geworden bist, oder immer Sex haben willst? Was immer es auch ist, wo du jetzt damit ringst? Escape is escape. Escape is escape. Also entkommen ist entkommen. Flucht. Flucht ist Flucht. Also Flucht ist Flucht. Escape is escape. Manche essen und essen und essen. Und die anderen arbeiten, 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 arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sie wollen entfliehen. Und wovon eigentlich? Von diesen tiefen Wunden. Die tiefen Wunden. Und Jesus möchte nicht mehr, dass ihr abhaut. Er möchte euch heilen. Er möchte euch freisetzen. Und jetzt werden wir beten. Und ihr werdet eine Zuteilung des Heiligen Geistes bekommen. Aber geh nicht zurück zu deiner Sünde. Ich warne dich. Jesus Wir sind jetzt in einem Zeitraum. Jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, wo man mit Gott spielen kann. Ich habe mit Gott gespielt. Und wisst ihr, ich habe nicht zu euch gepredigt, zu diesen Menschen hier. Also ich wollte jetzt das nicht beten und predigen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich einfach mir einen Job gesucht und wie jeder andere dort gearbeitet. Und ich hasste es. Und zwar jedes Mal, wenn mir irgendjemand etwas Dummes gesagt hat. Und dann habe ich den gleichen Stolz gesehen. Und sie haben mich Neger genannt. Und dann bist du ein Nazi. Wenn ich Neger bin. Oh, die Brasilianen sind alle arme. Wir sind arm, aber wir haben nicht so viele Juden umgebracht. So war ich drauf. Der nette Christ hier. Full of anger, rage, hatred. Und zorn. Okay, und sobald irgendein Deutscher oder Österreicher oder Schweizer kam und irgendwas Blödes zu mir gesagt hat, war er schon drauf. Oh, die Fremde hier. Okay, dann rede ich mit dir über deine Vergangenheit. Und dann zu Hause. Jesus, ich liebe dich. Und dann hat er zweimal das Bein gebrochen. Nicht Satan. Jesus. Spiel nicht mit Gott. Jetzt ist nicht mehr Zeit für Spiele. Meine älteste Schwester, sie ist kürzlich verstorben. Vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten. Ich habe meinen Bruder verloren. Ich habe ihm oftmals gesagt, komm zurück zu Jesus. Komm jetzt zurück zu Jesus. Und mein Bruder sagt, es interessiert mich gar nicht. So wurde er zum Alkoholiker. Und dann hat er Drogen genommen. Und dann hat Satan ihn umgebracht. Mein Bruder starb. Und zwanzig Tage später genau, meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, ist sie verstorben. In einer ganz furchtbaren Art und Weise. Sie hat getrunken. Und hat Drogen genommen. Und dann sind sie zum Fluss zum Schwimmen gegangen. Und letztes Jahr war ich in Brasilien. Und ich habe mit ihnen wirklich mit meinem ganzen Herzen gepredigt. Ich habe sie in eine Klinik gebracht. Ich habe ihnen Geld gegeben. Ich habe alles gemacht. Sie haben Jesus einfach nicht wollen. Und sie ist furchtbar gestorben. Sie war betrunken. Und sie ist zum Fluss gegangen. Und sie ist ausgerutscht. Betrunken. Sie hat nicht schwimmen können. Und sie ist ertrunken. Mein Bruder hat seine Bauchspeicheldrüse verloren. Und hat er nicht mehr getrunken. Und der Doktor hat gesagt, absolut kein Alkohol mehr. Und er hat weiter getrunken. Und an einem Nachmittag hat er angefangen, Blut zu erbrechen. Und dann sind sie zum Arzt gegangen. Es war zu spät. Geht nicht mit Ihrem religiösen Ding und sagt mir, wir beten für unsere Relativen und sie werden segelt. Wie wissen Sie das? Und jetzt könnt ihr mit dieser ganzen religiösen Nummer aufhören, wo ihr sagt, oh, wir beten für unsere Angehörigen und jetzt werden sie errettet. Die haben ihre eigenen Willen. Die haben ihren eigenen Willen. Die müssen selber entscheiden. Und du musst selber entscheiden. Wenn du jetzt hier in der Gemeinde bleibst und du spielst mit Gott rum. Wenn du die Furcht Gottes nicht kriegst, dann schaffst du es nicht. Die Bibel, die verspricht gar nicht Rettung für die Leben. Die Bibel sagt auch nicht, jeder macht es bis zum Ende. Und deshalb möchte ich befreit werden. Ich war durch die Deutschen so zerbrochen und wirklich zerstört. Nicht alle. Ich sage nicht von allen Deutschen. Ich sage jetzt nicht die Deutschen, sondern einige Deutsche. Ich war so verwundet. Von ihren dämonischen Gedanken und die Dämonen, die da gewirkt haben. Wenn ich zu Michael und Silvia gekommen bin, haben sie mich eingeladen. Wir haben die ersten drei Tage uns getroffen. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder ins Hotel gekommen bin, dann habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe zum Herrn gesagt, was ist denn das? Und er sagt, ich möchte dich heilen. Ich möchte dich freisetzen. Von was magst du mich denn jetzt freisetzen, Gott? Von all diesen tiefen Wunden, die dir angetan wurden. Ich werde euch so viele andere geben. So viele andere Deutsche. Die werden dich lieben. Die werden dich auf dich achten. Die werden dich helfen in deinem Dienst. Und dann habe ich Geri getroffen. Und dann habe ich Johanna, die zwei, die zwei, Matthias und Bernadette. Und der Herr Geri war bei mir. Und wir haben geredet. Und dann hat er mir gesagt, du redest die ganze Zeit über Befreiung. Lebst du das auch, diese Befreiung? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat er gesagt, okay, kann ich dir mal was sagen? Du bist ein Mann Gottes. Aber mein Freund, ich sage dir, du hast da was in dir. Und ich sage, echt? Kannst du was sehen? Dann sagte er, ich spüre es. Und dann hat er es nicht kommen sehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, Geri, wenn dir das Gott jetzt zeigt, dann komm jetzt her und treib es aus. Und dann habe ich mich hingesetzt, die Leute sind vorbeigelaufen. Und Geri hat es nicht gesehen, dass da Leute kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt treib es jetzt raus. Ich mag keine Dämonen. Und dann hat er gesagt, okay, okay, okay. Und dann bin ich freigesetzt worden. Leugnen und lügnen. Da kommst du nirgendwo hin mit Gott. Und dann hat Gott ihn benutzt. Dann kam ich hierher. So verwundet. Und immer wenn die zwei um mich waren, und dann ging es los hier. Und dann die Wunden kamen hoch und ich habe geweint. Und dann letzten Sonntag und dann bin ich hier geheilt worden. Ich bin heimgekommen. Und die, die noch da waren, haben gesagt, ich habe doch euch gebeten, für mich zu beten. Und die sind gekommen, haben mich geliebt. Ich bin heimgekommen. Und dann habe ich förmlich gespürt, wie diese Wunde sich in meiner Brust geschlossen hat. Und jetzt liebe ich alle deutschsprachigen Nationen mehr als jemals zuvor. Mehr als jemals zuvor. Und das ist Jesus. Gib ihm eine Hand. Halleluja. Gib Jesus einen Applaus. Dann sagst du sie collaboration mit, Bark usa... Ich bin geimpretet, wie der Werden sich in Vorderung im In 많은 Park. Und wie das brenner ist, kann ich in Gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Können wir doch mal kurz her? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich habe genug, ich will es loswerden, ich will es berufen? Gibt es was? Ja, wenn wir los, soll, Adjektion, Medellon, 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 Einmal meinen Beziehungsgedanken, alles, was wir immer ausüben, sehr gut abgeführt. Okay, gut. Sag mir, Vater, Vater, ich bringe dir meine Sünde, die Sünde mit der Hilfe, aber fahren, mit der Licht und Feder in die Sides, so adem und lief, Vater. Sag mir, geht es los, und ich bringe das zu dir, die Selbstsucht, die Beziehung, die Zoll, bist du, bist du da, ich bringe die Kraftlichkeit, ich will das nicht mehr haben, das tut mir leid, ich bringe die Beziehung, was ist los, das ist alles, und ich bringe das, des Namen Jesu, das Wort des Jesu, das sind wir alle, die Zoll, die Brüche, die Brüche, der Brüche, gebrochen, am ehemal. Gebrochen. Am ehemal. Aplino, Aplino, Aplino Alle Worte, die gesagt hat, sie ist nicht gewollt, sie ist nicht gewollt, come out Ich spreche jeder Fluch, aus dir wird nichts, du kriegst nichts gebacken, come out Ich spreche jetzt alle Macht, das findest du nicht, du bist nicht normal, come out Come out, come out, und hieß es mir, 100%, 100% Spann dich Tiefschmerzen 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 Hoch zu mir Hoch zu mir Alle anderen Alle anderen Wir lassen diese Frau Wir lassen diese Frau Und die Flüche Und diese Flüche Das wir auf sie gebracht haben Auf die sie gebracht haben Guck mich an, in Jesu Name In Jesu Name Einatmen Und ausatmen In Jesu Name In Jesu Name Puste, bleib mal Sag wann, ich komme Georgi Ich komme Amen. 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 Ich habe so satt von diesem ganzen religiösen Kram. Die religiösen Christen, die religiöse nutzlose Christen, die nichts tauchen, die sagen diese ganze Katzerei, diese ganze Show, warum musst du sagen Show, dann schmeißt deine Bibel in den Müll. Weil in meiner Bibel steht geschrieben auf Deutsch, dass Jesus ging in offene, offene Orte und er trieb Dämonen aus. Alle Leute haben das mitgekriegt. Wenn du ein Problem damit hast, weil du überhaupt gar keinen Christ bist, du bist nur eine religiöse und hast keinen Respekt für die Leute, die hier befreit werden. Keine, die hier kommen, wird sowas schauspielen. Ein bisschen mehr Respekt für die Salbung und für den Heiligen Geist, die seine Kinder gerade wieder herstellt, sagt der Herr. Es ist immer wieder dasselbe. Gerade die Nichtstun, die Nichtstauchen, sind die meisten, die Probleme machen. Weil die haben nichts mehr außer Religiosität zu bieten. Husten, dreimal, husten. Deswegen wurde Jesus gekreuzt worden. Weil Religion hat keine Gnade. Religion hat keine Barmherzigkeit. Es war nicht die Roma, die Jesus umgebracht haben. Das war die religiöse. Die hat nur Roma benutzt. Seinen Zweck. Für seinen Zweck. Alle Christen, die sagen, muss so eine Show sein? Deine Geschwister, die hier sind, sind die Schauspieler? Deine Geschwister, die hier sind, sind die Schauspieler, die hier sind, sind die Schauspieler, die hier sind, sind die Schauspieler. Seine Seele. Gefühle mich. Gebrauche mich. Seine mich. Die Schauspieler. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 tun. Weil, was bedeutet das, mein Leben, Jesus geben? Wenn du mich vertraust, ich will dir was fraglich anbringen. Bist du bereit, deine Jüngheit, dein Leben, deine Kraft, den deutschen Sprachen der Nation zu geben? Ich habe Jesus gesagt, wenn du mich heilst und wiederherstellst, werde ich das tun. Und dann hat er mich wiederhergestellt, hat er mich freigesetzt, hat er mir geheilt und oft, wenn ich in meinen Knie bin, weine ich für Deutschland, Österreich, Schweiz, in die Richtung, in die gehen. Und ich sage das nicht, weil ich so toll bin und ich hier mich präsentieren möchte. Ich möchte euch was sagen, was heißt das, mein Leben, Jesus geben? Seht ihr? Meistens Zeit in Christen verbringt viel zu viel Zeit mit Jammern, Anklagen und mit sich selbst. Wenn du aufhörst und du kommst zu der Gemeinde, zu Pastor Michael, sie würden sagen, ich möchte jetzt endlich was tun. trainiert mich, zeig mir. Nicht nur kommen und tralala, aber wirklich was tun. Dann werdet ihr viele eure Gebet anfangen zu erhören, zu bekommen. Weil ich will euch mal einen Tipp geben. Komm hier nach vorne, steh hier. Wir werden für dich beten. Ich will euch einen Tipp geben. Wenn wir beten, Jesus, er hört nicht, was ich sage, er hört mein Herz. Beispiel, wir hatten gar kein Auto und ich bin Missionar und arbeite vor Gott, gehe mal jobben und so, sonst kann ich nicht so lange unterwegs sein. dann habe ich Gott gesagt, ich brauche ein Auto. Ich habe gar kein Geld, du hast das Geld, ich habe kein Geld. Und wisst ihr, was Gott zu mir gefragt hat? Wozu? Damit ich Leute transportieren kann, in mein Zuhause bringen, für die beten, für die predigen, für die dienen. Dann sage ich, okay, kriegst du. Zwei Wochen später haben wir auf eine Schwester aufgepasst. sie hat uns ihr Auto gegeben. Wahrheit oder nicht? Er weiß das. Ja, gegeben. So, jetzt, meine Frau hat es mir gesagt, diese Wohnung hier ist mit den Kindern und dann die Leute, du nimmst noch die Leute auf, es ist zu klein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, dann fang mal an zu beten für ein Haus. Ja, wenn ich euch sage, was ich in meinem Konto habe, dann lacht sie euch. Ihr würdet nur lachen, das nur Glauben. Also, was glaubt ihr denn, was Gott mir fragen würde, mir ein Haus zu geben? Was würde er mir fragen? Wozu? Ja, damit ich die Gemeinde in Salzburg alle mitnehmen kann, zu mir nach Hause, kann wir Befreiung machen, kann wir beten, kann Leute auf die Straße nehmen, die bei uns wohnen können, für die beten und dann, wenn Jesus überzeugt ist, er kann mir ein Haus geben. ich habe das Geld dafür nicht, aber er kann jemanden gebrauchen, die so viel Geld, die sagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, ich soll dir ein Haus schenken. Das macht Gott. Egal, welche Krankheit ihr habt, egal, welche Probleme ihr habt, steh auf und lass uns zusammenbeten. legt eure Hände in eurem Herzen, du auch, macht deine Augen zu. Ich will euch nochmal was fragen. Wozu möchtest du den Durchbruch bekommen, den du brauchst? Ich will dir sagen, wie Gott tippt. Gott guckt dich an und er wird dich fragen, wozu? Du musst ihn überzeugen und weißt du, wie du Gott überzeugt? Wenn du angefangen was zu tun. Solange, weißt du, viele Leute, die sind krank und die sagen, ich kann nicht mehr, aber die haben so viel Kraft zu jammern und zu mögen. Warum benutzt du nicht die selber Kraft, jemanden in der Gemeinde zu laden? Du musst nicht gleich hier Prediger werden wie ich oder wie der Pastor, aber erstaunlich, du kannst in Gottes Dings nicht kommen, ohne jemanden mitzunehmen. Nehmen wir die Helmere da als Beispiel, die Helmere hat immer jemanden dabei. Ja? Wenn ihr anfangt das zu tun, Gott wird angefangen euch eure Gebete zu hören. Weil man hört auf egoistisch zu sein, weil man trägt einen Kreis mit sich selber, man denkt an die anderen.